Viele Straßen, Menschen leer und die Schulen abgesperrt. Nur zu zweit darf man noch raus, alle bleiben sonst zu Haus. Jetzt erst wirst du sehen, wenn wir gut zusammenstehen, wird alles wieder gut, das macht doch gut. Dieses Virus, das ist klar, bringt uns alle in Gefahr. Doch wenn wir uns gut verstehen, wird es bald vorübergehen. Und wir werden sehen, wenn wir gut zusammenstehen, wird alles wieder gut, das macht doch gut. Helft den Alten, ruft sie an, bietet eure Hilfe an. Kauft nur, was ihr wirklich braucht, schätzt die anderen unter euch auf. Und wir werden sehen, wenn wir gut zusammenstehen, wird alles wieder gut, das macht doch gut. Wenn wir unsere Sorgen teilen, Und wenn jeder jedem fehlt, zeigt sich uns ein neues Bild. Denn dann wirst du sehen, du musst nicht alleine gehen. Ich will bei dir sein, du bist nicht allein. Ja. Ja. Amen. Amen.